Schwank, ja ein Schwank gemacht, Schwenk, Schwank ist was anderes, ein Schwenker zu den Sumerern, also wir sind eigentlich die Ägypte gerade umgangen, ein seltsames Objekt aus Stein in der Form eines Koffers, wir werden wohl nie erfahren welchen Zweck es hatte, das ist so ein, ja, das ist so eine Handtasche, die man einfach bei sich hatte, aber nur zum, zur Selbstverteidigung. Ich bin mir ziemlich, ja gut, es wird sogar beantwortet, eine Druckplatte für eine Art von Falle zu sein, ich wollte gerade noch sagen, das ist wahrscheinlich so eine Platte, wo ich nicht rauftreten sollte, oder wenn ich es tue, dann passiert etwas. Es sind überall durchsichtige, ah, durchsichtige, unsichtbare, da kommt die Kugel, jetzt ist nur die Frage, wo kugelt sie hin, sie kugelt da rüber, okay. Wow. Okay. Vintage Gucci Dübernause, ja richtig. Richtig, richtig, richtig. Aha. Oh, Kabasch. Aus dem Wechsel sterbt ihr, oder es gibt keinen Grund, dass dies in Gewalt endet. Die Sache ist, wenn ich ihn jetzt angreife, oder er mich angreift, dann wird die goldene Regel aktiviert. Was bedeutet, dass wir dann flüchten müssen, wenn er uns umbringt, ist blöd. Wenn ich ihn allerdings umbringen sollte, und dann zurück zum Tor finde, Uh, das ist aber ein breiter Weg, fällt mir gerade ein. Dann, würde ich einfach einen neuen Tag starten, und ich hätte die Tafeln auch alle im Besitz. Also, wir werden das anders lösen können. Very well, I have a high ground. Listen, but if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live, after you salvaged this instrument of blasphemy? Blasphemy! Also, wenn etwas durch die Wahrheit zerstört werden kann, dann sollte es auch durch die Wahrheit zerstört werden. Es ist keine Schande, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor euch gelebt haben. Ich möchte nur alle Tafeln zurücklegen, die vom entweiten Obelisken entfernt wurden. Ich fahr mal mit mir erst dann. Wenn du es admittest, du möchtest, die schrecklichen Glauben meiner Menschen zuerstören. Ich will nicht erlauben. Also, grüß dich. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives, so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 Assessors of Maat. And yet, I arrive here to find the book of the dead contained only a seed of truth. And now, I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Wir haben uns ein ganzes Leben lang mit Lügen gefiltert, um uns zum Gehorsam zu verleiten. Blasphemer! Du hast dein eigenes Feind gefeiert. Ha, gut. Ich erhalte es. Du siehst, der Philosoph hat mir gesagt, dass es jedes Mal, wenn es erhebt, Osiris erhebt mit Rage. Und seine Sprung schlägt die sehr Fondagen der Erde. Ich kann nur hoffen, dass ein weiterer Dremor auf diesem Fragile Platz eins und für alle schlägt. Und du, mit ihr, mit ihr. Aber wirklich? Die viele werden für die Schäden der Einer. Shit. Ich habe mich verdrückt, Leute. Ich wollte eigentlich sprinten und ich bin in die Hocke gegangen. Fuck. Spiegeladen. Letzten Spielschnellstein. Das hat schnell gegangen. Ich habe ihn innerhalb kürzester Zeit von zwei Pfeilen getroffen worden. Um Gottes Willen, wo bin ich denn jetzt? Ah, eh, hier. Okay. Muss ich jetzt nochmal mit ihm reden? Ich glaube, ich muss nochmal mit ihm reden. Nein! Moment, ich mache alles exakt nochmal. Hört mich einfach an. Ja. 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 So. Hier geht's. Okay. Huch. Huch. Das ist einfach sehr faszinierend, dass man das so schnell eingeht. Wow. Da hat er es hingewebert. Das war jetzt wirklich gewebert. Beim ersten Mal zumindest. Hast du jetzt gesehen, wie schnell es jetzt gegangen ist? Wie schnell man da eingeht? Wenn ich dir gesagt habe, dass du keinen Weg zurückbekommen würdest, das war nicht. Die Kämpfe waren früher viel epischer. Der Typ droht im Namen seiner Götter einzustehen. Heute bekommt man nur noch einen messenden Bau, wenn man versehentlich Backpuffen mit Kokain verwechselt hat. Und der Deal platzt. Ah. Das klingt leider...